Das Schlachtgetümmel lichtete sich. Sie hatten die schlimmsten Kämpfe überstanden. Er winkte die anderen mit sich und lief auf die Stadtmauern zu. Das käme eigentlich einem Selbstmord gleich, aber es war kein einziger Schütze zu sehen. Die Blinden hatten sie alle erledigt. Hirka hatte Wort gehalten. Mannfaller ist gefallen. Rieme lief an der Stadtmauer entlang. Sein Arm schmerzte von einer Verwundung, die er weder gesehen noch gespürt hatte, als er sie bekam. Die Mauer bog sich auf die Stadt zu, schuf ein offenes Feld, wo der Ritualsaal gestanden hatte. Wo jetzt der Steinkreis stand, verborgen in dem grauen Rundbau. Sollte der vielleicht die Nabion daran hindern, die Tore zu benutzen? Armselig und zwecklos. Es war nur eine einzige Öffnung zu sehen. Rieme wusste, dass es riskant war, aber er konnte nicht zögern oder planen. Jeden Moment konnte der Rat einsehen, dass die Schlacht verloren war, dass Mannfaller in Blinden ertrank. Und dann würden sie den einfachsten Ausweg wählen. Sie würden die Stadt und ihre Bewohner im Stich lassen, um ihre eigene Haut zu retten. Rieme zweifelte keinen Augenblick daran. Er lief hinein, fällte zwei Gardisten, während seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Die Steine standen da wie bleiche Monolithen, fast unmittelbar an den gebogenen Wänden. Zwei leblose Gestalten lagen auf dem Boden. Ratsleute. Freit und Zaule. Der Zusammenhalt hatte am Ende also versagt. Dagdagar stand in der Mitte. Halb verborgen hinter einer Kiste. Als habe er geplant, sie mitzunehmen, mochten die Götter wissen, wohin. Weitere Gardisten kamen auf Rieme zu. Er duckte sich unter einer Streitaxt hinweg, schrie nach Koleil, ohne Antwort zu bekommen. Die Gardisten sammelten sich um ihn. Er hob die Schwerter, um sich freizukämpfen. Er war jetzt eingekreist. Das hier würde Blut kosten. Da verschwand der Boden unter seinen Füßen. Er fiel, schlug mit dem Kopf gegen Stein. Nein. Eisiger Schmerz jagte durch seinen Körper. Er landete auf den Knien. Sah nichts als Nebel. Blinzelte fieberhaft. Merkte, wie ihm schwindelig wurde. Nein. Rieme fand kein anderes Wort. Nur dieses eine. Nur Nein. Er kam auf die Beine. Stand bis zum Hals in einer Grube direkt neben einem der Steine. Starrte auf ein paar Füße. Dagdagar stand über ihm am Rand. In der Hand ein Messer. Ein armseliges, kleines Messer, eher ein Ziergegenstand als eine Waffe. Rieme lachte. Aber der Schmerz, der ihm durch den Kopf schnitt, ließ ihn verstummen. Wir haben angefangen zu graben. Verstehst du? Der Ratsherr blickte ausdruckslos auf ihn herab.